So Leute, noch 8 Booster-Packs, die ich aktuell habe. Aber ihr seht schon, ich spare natürlich hier auf neue und so weiter und so fort. Deswegen hier, das ist ein Turbo-Fieber, was wir noch aufmachen können hier mit einem goldenen Quajutsu. Da will ich jetzt natürlich auch eine unfassbar krasse Karte rausziehen. Ist ja ganz klar, das muss jetzt der Wahnsinn Shit sein. Und hier haben wir schon ein umgekehrtes Tal. Mal, entscheide dich vor dem Spiel in dieser Karte, auf welche Spieler runterzeigen sollen die Angriffe haben. Okay, das muss ich mir mal in Ruhe durchlesen. Und wir ziehen hier eine seltene Glitzer-Karte, was gut ist. Megani. Okay, das ist nice. Und ein Zebritz. Schön. Gut, dann haben wir hier noch Turbo-Start, 7 Stück. Lasst uns die öffnen und beten. Lasst uns beten, dass wir wenigstens noch eine weitere EX-Karte ziehen. Okay, ein geiles Magneton. Auf jeden Fall in einem sehr hübsch gezeichneten Stil. Ich mag es halt auch, wenn die so hübsch gezeichnet sind. Das ist halt auch geil. Stern-Doing glitzern. Nice. Und eine Reitshow in einer etwas anderen Version. Wir verändern uns aber Kopfflüge, die sagen, 20 weitere Schadenspunkte. Okay, der Elektro-Stoß ist anders. Der normalerweise 80 Schaden macht, also in dem, wo wir es in unserem Standard-Deck spielen. Kann hier entweder 70 oder halt 10 mehr machen. Ob das jetzt wirklich besser ist. Ob das wirklich besser ist, steht in den Sternen, seien wir mal ehrlich. Routena. Flammenwurf. Ah, muss man auch wieder Energie ablegen. Wow. Ist gerade kurz. Knogger-Turbo. 140 KP. Knochenwache. Dieser Angriff fügt 40 weitere Schadenspunkte für jede Preiskarte zu, die dein Gegner bereits genommen hat. Also, stellen wir uns mal vor. Wir haben da so ein Arschloch, ne? Der hat schon 5 Preiskarten genommen. Und dann kommt unser Knogger. Und hat 140 KP. Und macht einfach mal 220 Schaden. Ja, dann ist das, äh, nicht. Dann ist das gut. Dann ist das gut. Aber du brauchst vorher, glaube ich, einen Knogger. Jetzt steht er aus Knogger. Das ist okay. Damit kann ich leben. Und ein Pantimos. Ah, gut. Aber die Turbo-Karte ist auf jeden Fall nice. Das ist, glaube ich, die erste Turbo-Karte, die ich besitze. Tatsächlich. Da habe ich noch nicht so viele von. Vorbestellte Fahrkarte. Skala in Glitzerino. Und ein Was-Hast. Ah, das haben wir schon. Ist wahrscheinlich auch in einer etwas anderen Version, aber... Nja. Ist jetzt auch... Na, wobei. Wir haben zwei Münze angefügt. 80 Schadenspunkte mal der Anzahl Kopf zu. Kann also auch 0 Schaden machen. Oder 80. Oder eben 116. Ja, 116 ist natürlich mega krass. Das wäre natürlich übertrieben. Magnetilo sehe ich. Kranbull. Noch ein Routena. Relaxo. Was mache ich denn da? Okay. Okay, okay. Und? Ach, wieder dieses Reitschuh. Ja, da bin ich mir nicht sicher, ne? Dieser Angriff führt jedem Pokémon EX deines Gegners 50 Schadenspunkte zu. Wende Schwäche und Resistenz bei Pokémon auf der Bank nicht an. Alter. Aber wenn... Manchmal hat man ja so Ficker, ne? Manchmal hat man ja so Ficker da. Die dann einfach schon drei EX-Pokémon auf der Bank haben. Da wäre dieses Reitschuh natürlich total gut. Wenn er einfach jedem auf einmal 50 Schadenspunkte macht. Das wäre gut. Wieder so eine Brandenergie. Noch ein Relaxo. Ja, warum nicht? Warum nicht? Und ein Mammutel. Naja. Kannst nichts machen, ne? So, die letzten zwei Packs, Freunde. Die letzten zwei Packs. Dann habe ich alles geöffnet. Ich bin traurig. Oh, ich bin traurig. Man mag es sich vorstellen, ne? Ist man da direkt... Dann wirst du wehmütig. Vor allem, wenn du da deine Plaudergei rausziehst. Okay, das letzte. Die letzte. Oh nein! Gibt mir doch was Gutes. Oh, noch eine EX-Karte. Bitte, 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 bitte. Und? Ja! Ist zwar wieder eine Mega-Entwicklung, aber... Mega-Hunde-Monne-EX. Immer in der letzten noch ein EX gezogen. Gut. Ähm. Je nachdem. Na? Jetzt, jetzt, jetzt kommen wir nämlich zum großen Thema. Ihr seht, ich habe aktuell keine mehr. Das bedeutet, es können auch keine Unboxen. Je nachdem, wie viele Packs ich bis dahin wieder habe. Kommt dann im Anschluss was, ne? Das jetzt täglich zu bringen mit den Unboxings. Ihr seht, das wird... Das wird schwierig. Aber ich werde es, so gut es halt geht, weiterführen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns. Haut rein. Macht's gut. Habt euch lieb. Tschüss. Mua! Mua! Vielen Dank.